Wobei ich jetzt auch keinen neuen Shootingstar hätte, vielleicht gibt es noch einen im Laufe meiner Rede. Vielleicht traut es sich von euch etwas zu machen, ohne Namen zu nennen. Ich denke speziell daran, einen. Ich glaube, ihr wisst schon, von wem ihr rede. Und ich zitiere Oti, mehr sage ich nicht. Es ist ja heute da, es ist mir immer frei, ein Vertreter der örtlichen Geistlichkeit. Was sei denn, nur sieht man bei den Weidler schon, man stellt wohl keine Fernsehübertragung an. Wobei das ja schon die Achtung verdient, wenn in einem Jahr zwei Gottesdienste übertragen werden. Vom Adventsgottesdienst war heute in Großblock fast die gesamte Geistlichkeit, die geht ziemlich am Stock. Der Berthold hadert ja seit Längen schon mit dem Gnei und einem Kaplan, den tut, der den Schüter will. Bei dem ist wieder einmal ein Schütz passiert, dem hat es, wie fast immer, ein bisserl pressiert. Bis er aufbrescht in die Schuhe, hat bloß einen geschaut und schon hat es ihn aufs Schnauzerl und Schulter gekaut. Na gut, am Mund, da feilt es ja nicht weit, weil an der Goschen, da hat es ihm ja nur mehr nicht gefeilt. Und da habe ich mir gedacht, das passt ja wunderbar zusammen. Der eine kann nicht herrschen, der andere ist Flügel lang. Und als Ansage im Fernsehen, ich sag's euch gern, habe ich befürchtet, folgende Ansage zu hören. Zur Übertragung begrüßen wir Sie, ob jung oder alt, aus dem Invalidentum zu Fichtach, dem Bayerischen Wald. Und die Übertragung, da hat ein großer Erfolg wieder werden. Bloß war vorher die ganze Zeit so ein Puppen zu hören. Selbst für die Fernsehleit, war das gereischt oder neu. Lange hat man gesucht, ja was wird denn das sein? Hät man vielleicht ein schlechtes Kari verlegt? Oder war am Ende die Orgel defekt? Die Fernsehleit haben innerlich vielleicht sogar gefürcht. Stundenlang haben sie nach der Ursache gesucht. Im Glockenturm hat manches Maiserl verscheucht. Im Dachboden hat man Juhu alle Ecken ausgleucht. Sie dann sogar Beichtstühlen-Augenschein nehmen, sind aber nicht auf die Ursache gekommen. Immer wieder hat man das Pochen gehört. Also, ob irgendwo irgendwie dagegen klopft wird. Und dann, nach scheinbar endlosen Stunden, hat man eine Erklärung für die Klopft gereischt gefunden. Weil die Suche dann Richtung Sakristeikeller führt. Da oben haben sie nämlich ein Eigner gespürt. Auf den wollten sie, das konnte ich berichten, aufgrund der beschränkten Sendezeit wieder ganz dem zu zichten. Weil die ja sicher weit überschritten wird, wenn der Eigner zum Friedensgruß durch die Kirche marschiert. Wobei mancher, der am Rand sitzt, ins Schwitzen kommt, wenn der Eigner zum Handschlag seinen Anlauf nimmt. Und jeder, der da übersteht, der denkt sich gleich, das nächste Mal holt mich ich schon wieder mit mir rein. Na gut, so schlimm ist es nicht, es ist so der Traum, der hat er nicht gleichzeitig auch immer noch auf die Schulter schlagen. Und das würde ihm ja besonders gut klingen, der Kaplan, der kann da ein Lied davon singen. Weil der hat sich, wie ich schon verzeiht, die Schulter gebrochen. Und der Kontakt zum Eigner war da nicht zum Lachen. Weil der Eigner meint, komm, das wird schon wieder. Und schon fällt sein Branden auf die kaputte Schulter nieder. Der Kaplan zuckt zwar zusammen, aber am Eigner nicht nur, und schon schlägt der Diakon ein zweites Mal zu. Und der Kaplan hat befürchtet, dass sein Endkümmer wird. Er hat nämlich schon alle Engel singen gehört. Aber die im Himmel wollten er noch nicht haben. Gut für mich, weil ich muss ihn noch lang. Ich möchte es nämlich noch mal in Erinnerung bringen, dass ich zweifelt habe, ob es einem Alexander mag klingen, dass er das tatsächlich zusammenbringt, dass er ein Fünf-Gänge-Menü für seine Gäste gewinnt. Ich wollte nichts für Pilz und einen Schnitzel hören, oder dass Spülgang und Hausgang auch gezeigt werden. Aber er hat es gemeistert, und zwar mit Bravour, von fehlenden Kochkenntnissen, überhaupt keine Spur. Wobei das nicht seine einzigen Qualitäten sind. Wir haben ja schon wirklich einen Mordskappen. Ich mag gar nicht so denken, wenn er eine neue Aufgabe kriegt und irgendwann von Fehlern wieder weggezieht. Und vor allem muss man bedenken, ich fand es nicht schön, wie wird es dann mit der Pfarrei Fichtach so weitergehen. Nichts, was gegen einen Inder oder so einen Schwarzer steht, weil manchmal geht es ja wirklich nicht. Auch der Bertolt und der Alexander, ich tue es gern kund, haben ja auch so eine Art Migrationshintergrund. Die hat sich auch von der Oberpfalz zu uns hergeführt, die haben praktisch zu uns emigriert. Jetzt höre ich dem Schmerz aber lieber auf, weil sonst kriege ich von Bräuade noch eine drauf. Wobei unsere Pfarrer wahrscheinlich der Meinung sind, dass sie zwar in die Diaspora gegangen sind. Und dass wir Diaspora sind, das wird immer mehr belegt durch die Zahl der Kirchenaustritte, die man weit umsägt. Immer mehr Leute sind in Bayern zu finden, die mit dem Glauben mit der Kirche nichts mehr anfangen können. Aber ich schimpfe wohl die Verkehrten, weil eins hoffe ich es gewiss, dass von euch darin noch keiner ausgetreten ist. Sollt einer dabei sein, den Glesetle finden, der wird bald wieder um einen göttlichen Beistand bitten. Weil der von mir so hergestet wird, dass er den Glein im Himmel gleich singen hört. Weil ihr lebt in Feldern, da wir im Paradies. Und da muss man schon wissen, wenn man das schuldig ist. Laut Bischof Schraml gibt es ja auch in der Kirche Leid. Aber ich denke, das entspricht halt unserer Zeit, dass das für manche Austräte ein Wunschdenken wird. So eine Art, ich nenne es einmal, Kirchenjahrkonzentrat. Das sich zum Beispiel darin zeigt, dass gleich auf Aschermittwoch der Gründonnerstag folgt. Dann gleich kein Freitag, kein Samstern mit Osternacht. Dass man dann vielleicht auch gleich ein Pfingstsunter macht. Dann ein Pfingstmoder mit einem Event, das man bisher nur als Kölzdinger Pfingstritt kennt. Und dann gleich die startete Zeit. So vier, fünf Stunden. Und dann die Woche mit dem Heiligen Abend abrunden. Und dass der, der jeden Tag ein Billettel zieht, noch irgendwelche Bonuspunkte fürs Feigfeuer kriegt. Ich hoffe halt, inständig, dass wir so werden. Für uns klingt sowas abartig. Ich höre das nicht gern. Weil wir im Felder, wir haben noch eine Glaubenskultur. Und unsere Geistlichkeit, die tut ja das hier nicht dazu. Prost. Was ich noch mit einem Vorrang zu bereden hätte. Euer Dekan war, mein Lieber. Das war der, Herr Gfried. Es hat es bekundet, dass für euch Vorschläge gemacht waren, die nur noch vom Bistum zum Bestätigen haben. Und dann habe ich gemeint, es wird so werden. Ich werde den nächsten Tag das Ergebnis hören. Aber mein Lieber, dieser Heimlichkeit oder dieser Geschiss. Keiner darf es wissen, wer es jetzt nachher ist. Auf so manche Namen ist mir da nachher gekommen. Man traut einem Alexander zu, das Amt zu übernehmen. Weil jedes Kaplan, was manchen Kollegen nicht gefällt, in St. Augustinus, dem Dom vom Borisischen Wald. Und bei ihm, da fühlen sich die Gläubigen wohl. Seine Kirche ist nicht noch an den Feiertag immer schön voll. Und dann bin ich unerwollt worden. Weil ich mir gedacht habe, ganz gewiss, dass das auch dem Bischof bestimmt schon aufgefallen ist. Und der könnte ja auf den Gedanken kommen, das Dekan Amt vielleicht gleich selber zum Übernehmen. Ich habe inständig gebetet, dass da wird nichts draus. Der Gerhard Ludwig als Ausdragsbischof im Donnerhaus. Und ich bedanke mich beim Herrgott in allem Namen. Der Renner macht es weiter bis in Ewigkeit. Amen. 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 Amen.